Liebe meine Schüler, ich begrüße euch in unserer letzten Stunde in diesem Schulviertel. Wir haben schon viel gelernt und in der heutigen Stunde werden wir alles wiederholen und resümieren. Ich wünsche euch viel Spaß und las geht's. Das Thema heutiger Stunde ist, das kann ich schon. Wir werden die Themen, die Uhrzeit und der Tagesplan wiederholen. Fangen wir an. Wie spät ist es? Jetzt erinnern wir sich daran, wie wir die Uhrzeit benutzen. Von zwölf bis sechs sagen wir nach. Von sechs bis zwölf sagen wir vor. Wie spät ist es? Wie spät ist es? Es ist sieben Uhr. Morgens kann man sagen. Es ist sieben Uhr. Was machen die Kinder um sieben Uhr morgens? Was machen die Kinder um sieben Uhr morgens? Die Kinder stehen um sieben Uhr morgens auf. Die Kinder stehen um sieben Uhr morgens auf. Die Kinder stehen um sieben Uhr morgens auf. Wie spät ist es? Es ist vierte nach sieben. Es ist vierte nach sieben. Es ist vierte nach sieben. Was machen die Kinder um viertel nach sieben? Was machen die Kinder um viertel nach sieben? Was machen die Kinder um viertel nach sieben? Um viertel nach sieben gehen die Kinder aufs Klo. Um vierte nach sieben gehen die Kinder aufs Klo. Dann duschen die Kinder. Dann duschen die Kinder. Dann duschen die Kinder. Nach dem duschen putzen die Kinder die Zähne. Nach dem duschen putzen die Kinder die Zähne. Wie spät ist es? Es ist halb acht morgens. Es ist halb acht morgens. Was machen die Kinder um halb acht morgens? Was machen die Kinder um halb acht morgens? Um halb acht morgens essen die Kinder das Frühstück. Und wie spät ist es? Es ist acht Uhr. Um acht Uhr gehen die Kinder in die Schule. Um acht Uhr gehen die Kinder in die Schule. Um acht Uhr gehen die Kinder in die Schule. Die Kinder lernen in der Schule von acht Uhr bis 13 Uhr. Die Kinder lernen in der Schule von acht Uhr bis 13 Uhr. Wie spät ist es? Es ist 14 Uhr. Um vierzehn Uhr haben die Kinder Mittagessen. Um 14 Uhr haben die Kinder Mittagessen. Es ist drei Uhr nachmittags. Um drei Uhr nachmittags machen die Kinder Hausaufgaben. Um drei Uhr nachmittags machen die Kinder Hausaufgaben. Was machen die Kinder von vier Uhr abends bis halb sieben abends? Von vier Uhr abends bis halb sieben abends machen die Kinder verschiedene Sachen. Zum Beispiel die Kinder hören Musik. Die Kinder hören Musik. Die Kinder spielen Computer. Die Kinder spielen Computer. Die Kinder spielen Tennis. Die Kinder spielen Tennis. Die Kinder spielen Schach. Die Kinder spielen Schach. Die Kinder spielen Schach. Die Kinder gehen mit dem Hund spazieren. Die Kinder gehen mit dem Hund spazieren. Die Kinder fahren Rad. Die Kinder fahren Rad. Die Kinder fahren Rad. Die Kinder waschen den Hund und das Auto. Die Kinder waschen den Hund und das Auto. Die Kinder spielen Basketball. Die Kinder spielen Basketball. Die Kinder spielen Basketball. Die Kinder springen Seil. Die Kinder arbeiten im Garten. Die Kinder kochen gern. Die Kinder kochen gern. Ja, wirklich, die Kinder machen viele Sachen. Ja, wirklich, die Kinder machen viele Sachen. Es ist halb sieben abends. Es ist halb sieben abends. Es ist halb sieben abends. Um halb sieben abends haben die Kinder Abendessen. Es ist halb acht abends. Es ist halb acht abends. Es ist halb acht abends. Um halb acht abends ist die ganze Familie zusammen. Es ist halb neun abends. Es ist halb neun abends. Es ist halb neun abends. Um halb neun abends baden und duschen die Kinder. Um halb neun abends baden und duschen die Kinder. Dann putzen die Kinder die Zähne. Es ist halb neun abends. 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 Es ist zweiundzwanzig Uhr. Um zweiundzwanzig Uhr sind die Kinder im Bett. Um zweiundzwanzig Uhr sind die Kinder im Bett. Um zweiundzwanzig Uhr sind die Kinder im Bett. Es ist dreiundzwanzig Uhr. Es ist dreiundzwanzig Uhr. Es ist schon spät. Es ist vierundzwanzig Uhr. Es ist vierundzwanzig Uhr. Der ganze Tag ist vorbei. Der ganze Tag ist vorbei. Liebe meine Schüler, heute haben wir alles wiederholt. Ich hoffe, dass alles für euch verständlich und spannend war. Ich hoffe auch, dass ihr große Interesse für Deutsch habt. Und diese Zeit war für euch nützlich. Vielen Dank für eure gute Arbeit. Unsere Stunde ist aus. Auf Wiedersehen. 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 Auf Wiedersehen.